Wie dosierst du Guja am besten? Mein Tipp ist, du nimmst ein bis zwei gehäufte Teelöffel pro Tasse, übergießt das Ganze mit kochendem Wasser und lässt das Ganze 10 Minuten ziehen ungefähr. Im Sommer ist es super genial, du nimmst einfach dieselbe Menge Guja und übergießt das Ganze mit kaltem Wasser, stellst es über Nacht in den Kühlschrank oder für vier Stunden mindestens und das Ergebnis ist ein super erfrischender Energy Drink, der tausendmal besser schmeckt als jeder Eistee. Untertitelung des ZDF für funk, 2017